Ja, guten Abend. Ich freue mich hier zu sein. Ich finde die Themenwahl unglaublich spannend. Also ich hoffe, Sie führen das fort, weil das sind ja die Grundthemen sozusagen. Also wo ist man beheimatet, Leben und Sterben. Sterben wird ja oft auch so ein bisschen nicht so gern thematisiert. Da bin ich gespannt, was Sie daraus machen. Aber ich komme mal zu meinen Texten. Erstmal vielen Dank für die sehr freundliche Ansage. Ich habe im letzten Jahr dieses Buch veröffentlicht, das heißt Nachtbaden. Und das sind so kurze poetische Texte, Gedichte. Damit fange ich mal an, um uns so ein bisschen wieder in die Gegenwart zurückzuholen. Und danach lese ich dann die angekündigte Geschichte einer, eigentlich ist es eine Beobachtung, die ich auf dem Bahnhof gemacht habe, aber die ich dann etwas ausgeweitet habe sozusagen. Das Gedicht habe ich für eine Malerin geschrieben, die in der Nähe von Havelberg lebt, Marie Dix. Marie schreibt wunderbare Geschichten. Sie malt manchmal ein bisschen abstrakt, manchmal ein bisschen experimentell. Und sie macht ganz fantastische Fotos aus ihrer Region. Und davon hat mich ein Foto zu diesem Text inspiriert. Es geht also ums Haveland. Zwischenzeit für Marie Dix. Zwischen Elbe und Havel fliehen Schatten aus buckligen Kopfweiden im Fernweh über die Wiesen. Die Weite wirft sich hier großzügig aus, zwischen Himmeln und Höllen verwischen die Horizonte. Umbruch, Aufbruch, Abbruch. Gemäuer unter Holler und Hopfen, meilenweit wogt Kranichgesang, Knistert, trockenes Gras, vorjährig, alles immer schon gewesen. Weißt du noch? Weißt du noch? Ockerstreifen, spitziges Schilf zwischen fast vergessen und löchrig die Gegend, Vernässend vor den Füßen die Wege, werden trügerisch, gebieten Augenschein und tastende Näherung. Allerlei gehörntes Vieh steht, versonnen, wähnt sich frei, nüstern, aufgespannt, wölkende Atemschwebe. Unberührbar die Erde zieht sich zurück unter Wasserspiegel und das Licht am Ende der Nacht zeugt so lang hin wie das Land den Abend aller Tage. Ja, jetzt eine kleine Geschichte, die ist einmal in der Zeitung veröffentlicht worden, das ist aber auch schon eine Weile her. Du kennst sie auch. Es war tatsächlich eine Begebenheit, die ich auf einem Bahnhof beobachtet habe. Zwei Frauen, ich hatte Zeit gehabt, beide mir anzuschauen, und ich habe daraus eine kleine Geschichte gemacht, die sich so hätte zutragen können. Zu meiner Zeit. Mit ihrer großen Tasche schlurft sie langsam am Bahnhofsgebäude entlang. Die Frau ertappt sich, schon seit einer Ewigkeit die immer gleiche Zeile eines Kinderliedes vor sich hin zu brummen. Wind, 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 fröhlicher Gesell. Die Zeile will nicht aus ihrem Kopf. Dabei ist der Wind heut böse, schlägt einem hart ins Gesicht. Aber ihre Jacke ist warm. Nur die Kapuze rutscht immer wieder vom Kopf. Wind, Wind, fröhlicher Gesell, denkt die Frau, und dass sie nun genug von ihm hat, trotz der warmen Jacke. Wo sie die eigentlich her hat, fragt sie sich, kann sich nicht erinnern. Zu meiner Zeit, denkt sie, zu meiner Zeit gab es solche Jacken nicht. Dick und warm und raschelnd, ausgestopft wie eine Daunendecke und weich, so weich. Irgendwer hat sie ihr wohl geschenkt. Die Frau mit der schweren Tasche betritt die Bahnhofshalle. Dort sind Bänke. Dort ist es warm. Die Hallen früher waren zugig. Zu meiner Zeit hat man Bahnhofshallen nicht geheizt. Pflanzen stehen hier in Kübeln. Irgendwer muss die gießen jeden Tag. Meine Blümchen haben Durst, hab's gar wohl gesehen, wieder so ein Kinderlied. Wo sie die nur immer her hat? Die nächste Zeile fällt ihr ein. Hotig, hotig, will ich drum hin zum Brunnen gehen. Na, das braucht sie nicht. Die Frau steckt prüfend einen Finger in die Erde des Kübels. Jemand gießt hier jeden Tag. Die Frau sucht einen Platz für ihre Tasche. Hier neben den Pflanzkübeln ist es gut. Sie schiebt die schwere Tasche in den Winkel. Die Lieder sind wie Schmetterlinge im Kopf, flattern plötzlich bunt auf, verschwinden wieder, ehe sie sie richtig zu fassen bekommt. Die Frau sieht sich um. Hier ist die Bank, ein wenig versteckt, ansonsten Himmel und Menschen. Stimmengewirr, nicht zu laut. Und sauber ist es hier auch. Zu meiner Zeit, das denkt die Frau so oft, dass es ihr manchmal selbst auffällt. Altes Weib, sagt sie dann zu sich. Mit der Zunge fährt sie über den nackten Gaumen, wo nur wieder die Zähne verkramt sind, irgendwo in der Tasche. Die Tasche, die Tasche steht hier gut. Niemand wird darüber stolpern. Mit einem Seufzer lässt die Frau sich auf die Bank fallen. Endlich, endlich einmal ausruhen. Hier bleibt auch die Kapuze auf dem Kopf sitzen. Kein Wind schlägt nach ihr und den Ohren wird wieder warm werden. Der schwere Körper sackt in sich zusammen. Auf den anderen Bänken niemand. Oder doch, da hinten ein einzelner Mann wartet vielleicht auf den Zug oder auf jemanden, der nur rasch etwas einkaufen ging. Einkaufen gehen sie hier alle. So viele Läden im Bahnhof heutzutage. Zu meiner Zeit, die Frau zieht sich den Schal vor den Mund. Der Mund ist innen ganz kahl. Schön ist anders, murmelt sie und sieht den hastenden Menschen zu. Gut gekleidet sind die. Nicht so dick verpackt, wie sie selbst. Aber sie ist ja auch viel draußen. Wo sonst? Die Leute hier essen im Gehen. Das schlägt auf den Magen, hatte ihre Mutter immer gesagt. Ist langsam, Kind, das schlägt dir sonst auf den Magen. Und wer langsam ist, wird schneller satt. Immer stand zu wenig auf dem Tisch, waren zu viele Mäuler zu stopfen. Dann, irgendwann stand viel auf dem Tisch. Da war es aber ihr eigener, unter den sie die Füße streckte. Weit weg von der Mutter. Bis sie selbst Mäuler zu stopfen hatte. Nur siehst du mal, hatte die Mutter gesagt, hatte ihr nichts abgenommen. Wie auch, sie war ja weit weg, zum Glück. Auch die Kinder sind weit weg, sind Flügge geworden, heißt es. Wo die wohl heute abgeblieben sind? Hatte sich der Große nicht mal gemeldet? Muss lange her sein. Und der Kerl? Ihr Letzter? Ist der nicht längst gestorben? Wer hatte ihr das eigentlich erzählt? Und wo hat sie nur wieder ihre Zähne verkramt? Sie schaut auf die große Tasche. So eine bunte aus Plastik. Tragen sich schlecht solche Taschen. Aber es geht viel rein. Alles, was die Frau braucht, geht da rein. Gestreift ist die Tasche. Auch die hat ihr irgendwer gegeben. Heute gibt es von allem so viel, wie die warme Jacke. Hier drin ist es warm, aber noch nicht warm genug, um die Jacke auszuziehen. Draußen nachher wirst du dich erkälten, auch so ein Satz von der Mutter. Zieh dir doch drinnen die Jacke aus. Aber wirklich drinnen ist sie ja hier gar nicht. Diese Müdigkeit. Diese Müdigkeit. Plötzlich schießt sie einem in die Knochen wie flüssiges Blei. Und die Frau fühlt sich so schwer. Es tut direkt weh. Zu meiner Zeit denkt sie und sieht all die Leute eilen, essen, in Taschen kramen, miteinander lachen, telefonieren, hasten, hierhin, dahin und wird selbst immer schwerer. Sie sinkt wie Blei in die Tiefe. Ach, denkt sie, nur ein Weilchen ruhen. Du brauchst nur zu ruhen, hatte ihre Mutter immer gesagt, wenn sie keinen Mittagsschlaf halten wollte. Später, in der Druckerei, in der sie ewig an dem schwarzen Dreck zu putzen hatte, ein Leben lang hatte sie da zu putzen gehabt, da hatte es einen Frauenruheraum gegeben. Da gab es aber diese Müdigkeit noch nicht, bis in die Knochen. Die Frau kuschelt sich in Kapuze und Schal. Dahinter ist ihr jetzt ganz wohlig und ruhig. Dahinter ist es warm und ruhig. Ruhen. Frauenruheraum. Das Kind im Wagen quengelt. Es muss müde sein, ist ja auch viel los hier. Und draußen der kalte Wind. Die junge Frau steht schlank und groß in einer Ecke der Bahnhofshalle und schaut nach draußen auf die Anzeigetafel für Tram und Busse. Ihr Bus kommt erst in 20 Minuten. Die Frau schaukelt an dem Wagen, beugt sich hinein, schaut ihrer Tochter ins Gesicht. Wir sind ja bald zu Hause, sagt sie, und streichelt dem Kind die dicken, roten Babywangen. Die Kleine hält kurz inne, dann wird das Quengeln schärfer. Bist müde, mein Herzle, ich weiß, na, komm. Die Frau kramt in der Tasche, die im Korb unter dem Wagen steht. Sie holt ein buntes, festgewebtes Tuch heraus und ein Gestell aus festem Polster. Sie legt sich das Tuch um und hebt das inzwischen schreiende Baby aus dem Wagen. Die Kleine riecht so gut. Und nein, eine neue Windel braucht sie nicht. Das hat Zeit, bis zu Hause. Bist du müde, meine Süße? Mit sicherem Griff wickelt sie das Kind in das Tuch, bindet den Knoten fest. Die Frau spürt den kleinen Kinderleib an ihrem Körper. Das Schreien wird sanfter, wird wieder zum Quengeln und ebbt schon ab. Ach, ist das schön. Die Frau lächelt, lächelt einer anderen Frau zu, die auch hier wartet, etwas abseits und die ihr zusieht. Unter dem Tragetuch ruhen die kleinen Fäustchen auf den Brüsten der jungen Frau. Der schwere Kopf des Kindes sinkt ihr entgegen. Nur wart noch einen Moment. Die Frau legt sich, konzentriert auch das feste Polster um. So steckt die Kleine sicher und warm. Das Köpfchen ist gehalten. Unwillkürlich wiegt die Frau sich in den Knien, wiegt mit dem Körper ihr Kind. Dann schaut sie zur Uhr. Noch immer eine Viertelstunde. Da kann sie noch eine Runde laufen durch die Bahnhofshalle und sich die Auslagen in den Geschäften ansehen. Wenn die Frau läuft, schläft die Kleine auch besser. Die Frau summt ein Schlaflied mit hoher Stimme, während sie ihre Tasche unter dem Kinderwagen verstaut und den Wagen langsam durch die Bahnhofshalle schiebt. Etwas seitlich neben dem Strom der Menschen. Was für ein Gedränge. Die Leute, alle so geschäftig. Angekommen beim Biomarkt wendet sie den Wagen und will schon weiter. Eine blaue Regung aus den Augenwinkeln. Die Frau schaut drüben zu den Bänken. Blumenkübel mit Palmen drin vor den Bänken zwei Polizisten. Die zwängen ihre Hände in hellblaue Latexhandschuhe, als müssten sie etwas Ekliges berühren. Vielleicht einen Hundehaufen wegräumen. Die junge Frau summt ihrem Kind ein Lied. Einer der Uniformierten beugt sich zu etwas Unförmigem hinab. Da liegt wer? Liegt auf einer Bank. Vor der Bank stehen zwei lederne Hauslatschen ordentlich nebeneinander und daneben eine gestreifte große Plastiktasche. Reisende haben solche Taschen manchmal oder Menschen, die so aussehen, als seien sie von wer weiß wo geflüchtet. Sie spürt den leichten Zug, der sogar hier in der Halle herrscht. Unweigerlich fasst sie in den Kinderwagen, holt ein leichtes Wolltuch heraus, das sie sich selbst um die Schultern, vor allem aber um das Kind herum legt. Die Frau macht das alles, ohne den Blick von den Uniformierten zu wenden und summt weiter ihr Schlaflied und wiegt ihr Kind. Menschen gehen und lachen und haben ihr Leben. Wie am Schnürchen, denkt die junge Frau, summt, wiegt ihr Kind. Alles geht wie am Schnürchen. Die Hand des Polizisten im blauen Latex rüttelt dort an einer wulstigen Schulter, rüttelt und rüttelt und rüttelt. Vielleicht ist da wer gestorben, denkt die Frau und will rasch fort, kann aber nicht. Steht, schaut, wiegt ihr Kind, summt ihr Lied. Wieder und wieder rütteln die blauen Handschuhe und immer heftiger an dieser Schulter. Endlich eine Bewegung. Die junge Frau ist erleichtert. Summt wiegt ihr Kind. Eine alte Frau, dicker Leib, weiß-gelbe Haare, rutschen über ein eingefallenes gutmütiges Gesicht und krumme runzlige Finger versuchen vergeblich die Haarsträhnen unter eine Kapuze zu schieben, die viel zu groß ist. Die alte Frau schaut die Männer erstaunt an. Sie sagt etwas, wobei ihre Zunge von keinem Zahn aufgehalten, feucht über eingefallene weiche Lippen rutscht. Die Männer verstehen nicht. Einer hält mit seinen blauen Handschuhen die Frau weiter bei der Schulter wie einen Delinquenten und zugleich wie auf Abstand. Die junge Frau summt und wiegt selbst vergessen ihr Baby, das unter dem leichten Tuch warm eingepackt sanft schläft. Die alte drüben schüttelt erstaunt den Kopf. Der Mann in Uniform wird lauter. Hausregeln sagt er überdeutlich. Das verstößt gegen die Hausregeln. Sie können hier nicht, was heißt nur ein bisschen ruhen. Das ist gegen die Hausregeln. Die junge Frau schaut zur Uhr. Noch fünf Minuten. Sie greift den Kinderwagen mit einer Hand, die andere hat sie am schlafenden Kind, schiebt sich seitwärts vorbei an den Kauf lustigen an der Dekoration vorbei an den hastenden Reisenden durchs Stimmengewirr. Im Bus. Sie prüft noch einmal die Bremsen des Kinderwagens und lässt sich dann auf einen der Klappsitze sinken. Mit der Zeit hat die Kleine doch ein erstaunliches Gewicht, aber sie schläft. Die junge Frau holt tief Luft und lehnt sich zurück. Die Hände hat sie um den Körper des Kindes gelegt. Draußen lässt der Wind eine Plastiktüte durch die Straße tanzen. Wie ein Ballon treibt er sie hoch hinaus. Sie dreht sich und singt wieder zurück. Fast anmutig. Ihr Blatt da wollt ihr tanzen, so rief im Herbst der Wind und schon summt die junge Frau die Melodie wie eben noch das Schlaflied. Die Kleine reibt sich mit dem Fäust in die Augen. Die Frau schaut auf ihr Kind und sieht für einen Moment vor sich wieder das andere Gesicht. Die blassgelben Haarsträhnen, der erstaunte Blick, die feuchte Zunge, die beim Sprechen über die Lippen rutscht und die Hand in blauem Latex an der dick verpackten Schulter der alten Frau. Als sei die alte Frau wie ihr Kind, wie sie selbst, fühlt sie sich für eine Sekunde durch die Leben verbunden. Zu meiner Zeit denkt die junge Frau und will sich einreden, damals in ihrer Kindheit habe es nicht so viel Elend gegeben, keine alten Frauen, die auf der Straße lebten. Plötzlich greift sie sich an die Stirn, als habe sie sich bei einer Dummheit ertappt, lacht kurz auf. Zu meiner Zeit, was für ein Quatsch, meine Zeit ist jetzt. Vielen Dank. Sie beide und natürlich auch Herr Frick haben uns einen Querschnitt ihres literarischen Schaffens geliefert. Wir sind sehr erfreut darüber, ich denke auch im Namen der Anwesenden zu sprechen. Vielen vielen Dank und ich drücke Ihnen die Daumen natürlich Ihren Blicken ist entgangen, dass wir Herrn Frick natürlich auch eine Blume überreicht haben, als Dankeschön, die sollen Sie natürlich auch bekommen. Das ist ganz lieb und so eine schöne Danke. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit. Vielen 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 Dank. Schönen Abend noch. Vielen Dank. Jawohl. Ja, sind wir am Ende angekommen. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann kommen.